Wendler in der DSDS-Jury Dieter Bullen spricht Klartext Jetzt äußert sich Dieter Bullen, 66, zu den Gerüchten. Vor wenigen Tagen wurde Xavier Naidur, 48, aus der DSDS-Jury geworfen. Der Grund, im Netz hatte der Sänger mit vermeintlich rassistischen Aussagen für Aufsehen gesorgt. Doch wer wird nun den leeren Platz am Jurypult einnehmen? Etwa Michael Wendler, 47? Zumindest kursierten Gerüchte, dass der Schlagerstar mit RTL in Verhandlung steht. Nun stellt Dieter Bullen klar, wie der aktuelle Stand ist. Wir haben viele, viele Angebote, Leute, und ich kann euch versprechen, der Wendler ist es nicht, betont Dieter in einem Video auf Instagram. Er könne sich selbst nicht erklären, wie die Fake News entstanden seien und verrät weiter, dass die Produktion derzeit noch auf der Suche nach einem Ersatz sei. Wir haben aber ganz tolle Leute am Start, wir suchen uns das gerade aus, machen gerade die Verträge und ihr seid die Ersten, die es wisst, wer es dann wirklich geworden ist, offenbart der Pop-Titan. Auch der Wendler äußerte sich bereits zu den Spekulationen und dementierte seine Teilnahme an dem TV-Format. Ich helfe immer gerne, aber ich werde am Samstag nicht in der DSDS-Jury sitzen, sagte er. Es bleibt also noch eine Weile spannend, wer am kommenden Samstag über die Auftritte der Kandidaten urteilen darf. Die Schlagzeilen um die Castingshow haben sich in der vergangenen Woche überschlagen. Der Grund, Xavier Naidoo, 48, wurde vom Sender aus der Jury geworfen. Zuvor kursierte ein selbst gedrehtes Video des Ich-Kenne-Nichts-Interpreten mit Aussagen, die viele als rassistisch deuten. Nachdem die verbliebene Jury um Dieter Bullen, 66, Ona Nechiti, 32, und Pietro Lombardier, 27, am Samstag die erste Liebeshut-Zutritt gemeistert hatte, kündigte der Pop-Titan an, in der kommenden Ausgabe wieder Juroren-Support zu erhalten. Doch kommt für diesen Job tatsächlich der aktuell meist diskutierte Schlagerstar Michael Wendler, 47, in Frage? Dieses spannende Gerücht hat Bild verbreitet. Wie das Magazin aus Senderkreisen erfahren haben will, soll der Egal-Interpret mit RTL in Verhandlungen über einen möglichen Juroren-Job stehen. Ob das wirklich stimmt und der Freund von Laura Müller, 19, tatsächlich in den Liebeshus die Kandidaten bewerten wird? Ein gutes Verhältnis zum Sender hat Michael offenbar. Er war star zahlreicher RTL-Formate und sorgte zuletzt für tolle Einschaltquoten. In der Jury hätte er allerdings keine Freunde, Dieter Bullen machte gegenüber Bild deutlich, das ist Schwachsinn. Einen Jura Michael Wendler wird es mit mir nicht geben. Mittlerweile hat sich auch der Wendler selbst zum Thema geäußert und dementiert das Gerücht. Ich helfe immer gerne, aber ich werde am Samstag nicht in der DSDS-Jury sitzen, gab der Musiker mittlerweile in seiner Instagram-Story-Preis. Wer und ob die DSDS-Juroren also wirklich Promis-Support bekommen, steht noch in den Sternen. Und zwar in der ersten Zähne, die ich vor dem Zähne habe die Kandidaten auf 700-Story-Player sein. Und zwar in der Zwischenzeit, die Kandidaten auf 100-Story-Callen sieht, ist gut, ist gut. Und dann wird der Kandidaten auf 100-Story-Story-Euro. Und dann wird das Zähne. Und dann wird die Kandidaten auf 1000-Story-Euro- Als ich heute arbeiten. Und dann wird das mit dem Zähne.